2-2 im Spitzenkampf. Sind Sie zufrieden mit ihm? Ja, sicher. Wir sind zwei Minuten im Rückstand gelegen. Von dem her ist der Punkt okay. Sie haben drei Chancen und machen zwei Goale. Sehr effektiv. Du hast aufgepasst in Mathematik, oder? Ihr habt in der Dreherschaft sehr schlecht gespielt. Bist du einverstanden? Sie sind vom FC Zürich überrollt worden? Ja, sie waren sicher besser in der ersten Halbzeit. Aber es stand noch 0-1. Von dem her war alles noch drin. Haben Sie den Sieg zu wenig gesucht? Oder haben Sie auch mit dem Unentschieden zufrieden? Ja, wir mussten in der ersten Halbzeit schauen, dass wir ins Spiel kommen. Das ist uns nicht so gelungen wie angesprochen. Und dann in der zweiten Halbzeit hatten wir ein bisschen mehr Wahlbesitz. Wir kamen etwas näher vor dem gegnerischen Goal. Aber die Zürich war heute sehr gut. Bist du zufrieden mit dem Resultat? Ist es gerecht das 2-2? Ich denke schon. Zürich hätte gewinnen können. Aber wenn sonst Superlife können wir gewinnen. Drei Chancen, drei Goale. Dann ist die Frage. Wer wird jetzt Schweizer Meister? Ich bin leider kein Prophet. Das kann ich euch nicht sagen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir es werden. Danke. Bitte. Danke.